Hallihallo und einen wunderschönen und vor allen Dingen sonnigen guten Tag. Meine Lieben, ich freue mich total. Wir haben endlich auch mal Sonne bei uns hier im hohen Norden. Eigentlich sagt man ja, hier gibt es das schönste Grau, aber irgendwann ist damit auch mal gut. Jetzt kommt der Frühling und ich freue mich sehr. Meine Lieben, der Mai steht vor der Tür und normalerweise kommt mein WhatsApp immer erst am letzten Tag des Monats. In diesem Fall, da es eine kleine Besonderheit gibt, mal zwei Tage früher. Ich starte auch gleich und fange gleich an mit den Neuigkeiten für den Mai. Und zwar als erstes möchte ich daran erinnern, dass noch bis zum 30.04., das heißt bis Dienstag nächster Woche, der Ausverkauf mit den rabattierten Produkten stattfindet. Auch die Ausverkaufsecke wurde aufgefüllt. Es ist zwar schon einiges weg, aber es sind auch noch ein paar kleine Schnäppchen da. Am Dienstag, den 30.04. habe ich auch meine letzte Sammelbestellung des Monats. Das heißt, wenn ihr irgendwo noch eine Kleinigkeit euch bestellen möchtet, dann könnt ihr das sehr gerne tun. Schickt mir dazu einfach eine E-Mail oder nutzt meine Homepage und die da drauf, hier ist meine Homepage, die da drauf befindliche Bestellanfrage. Wenn ihr eure Bestellung nicht über meine Sammelbestellung machen wollt, sondern lieber selbst bestellen wollt, überhaupt gar kein Problem. Geht dazu einfach in den Online-Shop und es wäre ganz fantastisch bei Bestellungen unter 200 Euro, wenn ihr meinen Gastgebercode des Monats im Online-Shop benutzt. Bei der Gelegenheit möchte ich noch einmal darauf hinweisen für all diejenigen, die es bisher vielleicht noch nicht mitbekommen haben. Ab dem 1. Mai hat der neue Jahreskatalog ja Gültigkeit und ab dem Zeitpunkt treten dann auch die Preisänderungen in Kraft. Insbesondere möchte ich darauf hinweisen, Nachfülltinten, Stampin' Blends und Farbkarton. Das ist so das, was wir, ich sag mal, am meisten benutzen. Die drei Produktkategorien, neben denen, die hier auch noch zu sehen sind, werden eine Preisanpassung erfahren. Das heißt, wenn ihr da noch etwas aufstocken wollt, bitte macht das jetzt noch fix im April und dann müsst ihr erstmal nicht die höheren Preise, insbesondere für Farbkarton bezahlen. Ich mache gleich weiter. Noch ein kurzer Hinweis, mein In-Color-Club, den habe ich ein bisschen verlängert, da ich noch zwei Plätze in einem Club, ein Club für mich, besteht immer aus fünf Leuten, zwei Plätze habe ich in einem Club noch frei. Wenn ihr also noch an meinem In-Color-Club teilnehmen möchtet, dann geht bitte einfach auf meine Homepage. Ich verlinke euch das oben, jetzt muss ich mal eben gucken, wenn man drauf guckt, rechts in der Ecke, da stelle ich eine Infokarte rein. Wenn ihr da raufklickt, kommt ihr direkt zu dem Artikel auf meiner Homepage und könnt euch die drei unterschiedlichen Clubs angucken, denn ich habe das in diesem Jahr ein wenig aufgeteilt. Ein Mini, ein Medi und ein Maxi-Club, so könnt ihr wählen zwischen den Dingen, was gut zu euch passt, sage ich mal. Dann, wie eben schon erwähnt, der neue Jahreskatalog 2024-2025 startet und zwar am Mittwoch, nächste Woche, den 1. Mai. Das ist zwar ein Feiertag, den Amerikanern war das aber offensichtlich egal. Ist aber auch nicht so schlimm. Wir als Selbstständige, da setzt sich das Wort selbst und ständig zusammen. Ist völlig in Ordnung für mich. Ich habe den Tag eingeplant und ich starte mit einer Sammelbestellung natürlich für diejenigen, die vielleicht erstmal nur eine Kleinigkeit haben wollen. Nutzt gerne meine Sammelbestellung. Ansonsten könnt ihr meinen Online-Shop nutzen, wenn ihr wollt. Auch da der aktuelle... Ich habe gar keine Grafik für Mai gemacht. Verdammt, habe ich vergessen. Entschuldigung. Auf meiner Homepage findet ihr den aktuellen Gastgeberinnen-Code für Mai. Dann, das wird erst tatsächlich am 1. Mai dann auch stattfinden, weil im April gilt ja noch der andere. Und eine kleine Info dabei noch. Mein Ehe, Maik und ich, machen die Katalog-Tour wieder zusammen. Es wird zwei Videos geben. Ein Erklärvideo, denn der neue Katalog ist wirklich komplett anders aufgebaut, ganz anders durchstrukturiert. Ich persönlich finde die neue Struktur ganz hervorragend. Aber es gibt da so ein paar Feinheiten und die erkläre ich euch in einem kurzen Video. Und am 1. Mai um 14 Uhr gehen der Ehe, Maik und ich, live und blättern durch den Jahreskatalog. Da geht es aber gar nicht so sehr um die Erklärungen des Katalogs, sondern um die Produkte, die sich da drin befinden. Ich habe schon einige Produkte hier, die kann ich euch dann auch gleich zeigen. Und ich habe sogar schon in einigen Videos mit den Produkten gearbeitet. Das werden wir euch dann auch zeigen. Dann gibt es ein fantastisches neues Einstiegsangebot. Sowas hatten wir schon mal. Ich bin mir nicht ganz sicher, war das letztes oder vorletztes Jahr. Geht um die neuen In-Color-Farben. Ich werde dazu noch ein kurzes eigenes Video machen und werde das Starter-Set-Spezial nochmal erklären. Für euch vorweg vielleicht die kurze Information. Wie immer im Jahr zahlt ihr für das Starter-Paket 129 Euro. Dafür bekommt ihr aber insgesamt Ware im Wert von 275 Euro. Denn ihr könnt euch 175 Euro frei Ware wählen. Und das Starter-Set-Spezial quasi, das was ihr hier seht, das sind nämlich die neuen In-Color-Farben. Und zwar sind das die 5 Stempelkissen, ein Mix-Paket mit Farbkarton, das Design-Papier und die Right-Marker. Haben zusammen einen Wert von 100 Euro. Dieses Paket, das In-Color-Paket nenne ich jetzt mal, liegt jedem neuen Start-Paket im Mai bei, automatisch. Da braucht ihr euch also nicht weiter drum zu kümmern. Die Aktion läuft vom 1. bis zum 31. Mai. Ich würde mich sehr freuen, wenn mein Team wieder wächst. Aber wie gesagt, dazu gibt es noch ein spezielles kurzes Video, wo ich das nochmal etwas genauer erkläre. Kommen wir noch kurz zu den Terminen des Mai. Einmal, wir mussten leider aus tatsächlich zeittechnischen Gründen im April, Ende April die zwei Termine absagen. Nämlich einmal das Schulterhoch 2 und einmal der Workshop. Das haben wir zeitlich nicht hinbekommen. Aber jetzt im Mai, am 22. Mai sind wir wieder live und zeigen euch tolle Projekte mit allen Maßen, mit allem, was ihr braucht. Und da könnt ihr super mitbasteln. Dann gibt es meine WhatsApp-Stempel-Party des Monats. Nächste ist am Samstag, den 25. Mai. Und da sehe ich gerade, habe ich einen Leerschritt vergessen. Das ist immer samstags um 18.30 Uhr. Da ist mir jeder herzlich willkommen, der einfach drauf Lust hat, mal an einer WhatsApp-Party teilzunehmen. Da zeige ich euch nochmal spezielle Angebote. Es gibt zwei Videos. Ich weiß gar nicht, was haben sich meine Mädels. Also die Gruppe stellt immer Wünsche. Und ich mache dieses Mal eine Verpackung. Und irgendwas war das noch? Einen Moment, ich habe das hier aufgeschrieben. Ach ja, genau. Die Verwendung der Mischstifte von Stampin' Up. Und ich zeige eine Verpackung. Also oftmals ist es ein Projekt und eine Technik. In diese Gruppe könnt ihr sehr gerne einfach reinhüpfen über meine Homepage. Und ja, ich freue mich, wenn da immer mal wieder Leute zukommen. Übrigens gibt es in dieser WhatsApp-Gruppe für die Besteller auch noch besondere Bestellmodalitäten, die ihr sonst nicht habt. Das seht ihr aber. Schaut einfach mal auf meiner Homepage nach. Da steht das nochmal geschrieben. Dann haben wir unseren Workshop live am Sonntag, den 26. um 17 Uhr. Oh, dabei fällt mir gerade was ein. Aber das zeige ich euch sofort. Dazu könnt ihr, wenn ihr wollt, euch wieder das Datenpaket im Vorfeld bestellen. Könnt ihr aber auch im Nachhinein machen. Am Workshop selbst kann jeder teilnehmen. Nur dort werden keine Maße gegeben. Eine Kleinigkeit nochmal eben zurück zum Schulterhoch 2. Wir haben die Zeit etwas angepasst. Und zwar ist das Mittwoch um 18 Uhr und nicht um 19 Uhr. Dann habe ich für euch ein neues DSP Plus Paket. des Mai mit meinem absoluten, absoluten, mit ganz weitem Abstand absoluten favorisierten neuen Designpapier aufmerksam durch die Natur. Ich liebe dieses Papier. Das zeige ich euch gleich auch noch einmal, wie das ausschaut. Und ich glaube, lasst mich kurz gucken. Ah ja, eine Sache habe ich noch. Da muss ich mal eben, einen Moment, so. Oh, ich sehe gerade, da bin ich nicht dicht genug dran. Und hier ist alles krumm und schief. Habe ich nur ein Ja gerichtet. Okay, jetzt habe ich es. So. Da sind wir. Ich habe noch das Designpapier Plus Paket. Das zeige ich euch gleich. Eine Sache habe ich aber noch. Und zwar, wie jedes Jahr, wenn eine neue In-Color-Farb-Familie rauskommt, stelle ich für jeden, der bei mir den Farbmix Max irgendwann mal gekauft hat oder noch kaufen möchte, ein Nachfüllpaket zusammen. Und zwar besteht dieses Nachfüllpaket aus einem neuen Trennblatt mit den In-Color-Farben in der Übersicht und den fünf Kärtchen, wo auch schon die entsprechenden Etiketten drauf sind mit der Farbe, in welche Kategorie es gehört und die Artikelnummer dazu. Das ist da drin. Und da wir ja eine neue Farbe haben, nämlich das Basic Beige, ist dort, hier ist meine gesamte Farbfamilie, einen Moment, das muss ich mal eben beiseite legen, ist in dem Nachfüllpaket einmal das neue Trennblatt mit der neuen Übersicht und einmal das Farbkärtchen Basic Beige mit den entsprechenden Daten mit dabei. Das könnt ihr euch über eine, ja sag mal schnell, über ein Formular auf meiner Homepage bestellen. Da müsst ihr mir nur eben kurz eure Daten angeben, damit ich weiß, wo ich es hinschicken soll. All diejenigen, die sich einen neuen Farbmix Max bei mir bestellen wollen, da ist dieses Paket schon mit drin. Das braucht ihr also nicht separat euch bestellen. Die, ab jetzt quasi, ab Mai, ist der Farbmix Max immer aktuell. So, dann kommen wir noch eben zum Designpapier Plus Paket. Warum Plus? Das ist einmal ein Viertel des Designpakets. Das gesamte Paket besteht aus 48 Blatt. Das heißt, ihr bekommt zwölf Blatt, je Design ein Blatt. Es sind nämlich zwölf unterschiedliche Designs. Und die zeige ich euch mal eben, ah ne, die zeige ich euch gleich. Warum DSP Plus Paket? Zu diesem Designpapier bekommt ihr immer noch den passenden Farbkarton und manchmal, wie in diesem Fall, auch noch besonderes DSP. Denn wenn das zu der Produktreihenkollektion, also das hier gehört jetzt in eine Produktreihenkollektion, wenn es da noch besonderes Designpapier gibt, dann ist das da auch immer mit bei. So, jetzt aber erst einmal das unfassbar schöne Designpapier. Ich finde das so schön, diese Aquarellbilder. Und da braucht man echt nicht viel. Ich habe jetzt bei der letzten WhatsApp-Party, haben sich meine Mädels Projekte gewünscht, gerade mit diesem Papier, um sich das etwas genauer anzugucken. Ich habe eine Szenenkarte gemacht, die super einfach geht. und eine ganz normale Karte, einfach nur einen Spruch drauf. Und das Papier verlangt wirklich nicht nach viel. Sowas hier zum Beispiel, hier kann man einfach eine Mattung von machen, einen Spruch mit drauf, Karte fertig. Finde ich sensationell. Und ich liebe diese Aquarelltechnik. Und mir gefallen, muss ich gestehen, auch extrem die Farben, die hier verarbeitet wurden. Es sind ganz unterschiedliche mit bei. Und auf den Rückseiten ist es ganz oft dieses verwischte, sage ich mal. Das sieht so ein bisschen aus wie mit einer Alkoholtechnik. Aber auch so ein bisschen Aquarell. Und da finden sich dann die gleichen Farben natürlich auch wieder. So, wir sind gleich durch. Hier ist nochmal so ein richtiges Bild zwischen. Nicht nur ein Hintergrund. Das sieht sehr nach mehr aus hier. Sehr, sehr schön. So. Zwölf Blatt Design Papier in 6x6. Dann haben wir fünf Blatt. Und, äh, einen Moment, ich fächer das mal eben auf. Ich hatte mir zuerst überlegt, das auch in 6x6 zu schneiden. Und habe dann gedacht, nee, das ist so schön, da kann ich lieber in 6x12. Das sind fünf Blatt, 6 Inch mal 12 Inch. Und das ist halt das besondere Design Papier. Es ist in Silber embossed. Und es hat einen Farbverlauf. Das sieht man, ja, man sieht das ein bisschen schlecht in der Kamera. Hier unten in der Ecke ist es heller als hier oben. Man sieht es ein bisschen schlecht. Aber da ist ein Farbverlauf drin. Hier bei dem sieht man das ganz gut. Da ist es oben, so sieht man das ganz gut. Da ist es oben sehr hell. Und nach unten wird es dunkel. Das sind die fünf Blatt. Und was dann noch dazu gehört, ist der Farbkarton. Oh, und da habe ich auch was vergessen. Einen Moment, ich hole es nochmal eben. Ich habe vergessen, das Grundweiß dazu zu legen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. So. Das schiebe ich da nochmal eben schnell unter. Trada, nichts passiert. Da das so viele Farben in diesem Papier sind, normalerweise gehört zu dem DSP Plus Paket von jeder enthaltenen Farbe gehören zwei Blatt dazu. Da hier aber so viele unterschiedliche Farben sind, nehme ich nur ein Blatt je Farbe. Und zwar sind das die Farben Brombeermus, Boho-Blau, Terracotta. Einen Moment, ich rutsche mal ein bisschen rüber. Kalypso, Lagunenblau, Abendblau, Waldmoos. Dann haben wir zwei von den neuen In-Color Farben, nämlich Pfirsichcreme und Petunienpink. Dann haben wir noch Aquamarine, Pfauengrün und Wilderweizen. Und als Basis gehören dazu, weil hier im DSP schlecht, man sieht es schlecht, aber das ist basic, also Grundweiß da mit drin. Und als Basiskarten oder Mattungen, wie immer man das möchte, sind in so einem DSP Plus Paket auch immer fünf Blatt Grundweiß mit drin. So, und das macht das Design Papier Plus Paket im Monat Mai aus. Das könnt ihr euch auch ganz einfach über meine Homepage bestellen. Dort gibt es einen entsprechenden Artikel. So, ich gehe mal eben kurz zurück. Dort gibt es einen entsprechenden Artikel. Und da gibt es ein, nein, es gibt gar kein Anmeldeformular. Wenn ihr mir eure Bestellung schickt, mit der Sammelbestellung beispielsweise, schickt ihr mir einfach eine E-Mail. Und da schreibt ihr das DSP Plus Paket mit rein. Und dann kommt das zu euch mit dazu. So, das legen wir mal eben beiseite. Ich gucke nochmal kurz auf meine Liste. Ich glaube, ich habe alles. Ja, ich habe alles. Dann wünsche ich euch noch fröhliches Shoppen bis zum 30. im Ausverkauf. Und ab 1. Mai dann noch fröhlicheres Shoppen mit den neuen Produkten. Ich freue mich da schon sehr drauf. Es sind ein paar wirklich tolle Sachen dabei. Ich habe schon ein bisschen mitgespielt. Noch lange nicht so viel, wie ich wollen würde. Und ich habe auch noch nicht alles da. Das hat aber damit zu tun, dass wir Demonstratoren nur eine gewisse Auswahl bisher bestellen konnten. Auch ich kann ab 1. Mai erst alles bestellen, was ich möchte. Und meine Liste liegt auch schon da und wird dann zusammen mit eurer Sammelbestellung bei Stampin' Up abends dann aufgegeben. Jetzt wünsche ich euch erstmal einen schönen restlichen Sonntag. Und vielleicht hören wir uns zwischendurch. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, kommt auch gerne auf mich zu. Und ansonsten, der 1. Mai, da sind wir dann live. Und vielleicht sehen wir uns dann. Bis dahin. Ciao, ciao.